hallo und willkommen zurück zu telalia ich hoffe du hast genug spiky balls wenn ich ihn schmeißt ja hatte ich schon ja jetzt mit der nurse haben wir natürlich kein haus für den goblin finden ja es sich also kompliziert ich falle jetzt runter dann höre ich schon ja habe ich gelesen der sicherung also der ist mir egal er mag den das wahrscheinlich ist es jetzt zu crowded oder verkaufst du das aktuell nein kann ich euch mal umziehen lassen du wohnst hier dann die nurse die wohnt hier und so logist zieht da ein und dann laufe ich mal einmal weg und dann hoffe ich dass ihr euch alle macht was ich mich jetzt auch fragen wer doch höher wenn ich es auf zehn fach las ich weiß gerade nicht was genau du brauchst aber er stimmt ich muss das wieder runter sinken ansonsten laufen die 50 mehr und quidders um ich überlege gerade ob der goblin tinkerer ob ich den schneller finden wir es ich weiß nicht ob der zu dieser spawn rate dazu gehört das ist doch im wald du musst mir doch jetzt literally ein pylon zählen oder nein warum nicht warum nicht oder ist das ach nee weil weil du den ja nicht liebst was sie jetzt zwei geben was den käufer dann auch gleichzeitig noch geben ich habe was gefunden was dir gefallen wird aber sehr kurz gewesen wie nennt sich der schritt der dunkelblauen stein nochmal was willst du denn dunkelblauen stein was für einen dunkelblauen stein erwarte ich baue ein ab dann sage ich es dir granit also das ist granit bion gefunden ja ok ist jetzt auch nicht so besonders ja ich dachte du freust dich vielleicht weiß ich auch nicht würde mich freuen wenn ich endlich mal das kriege was ich brauche wenn ich ein fucking pylon ja gut verständlich das könnte funktionieren das könnte funktionieren ja das könnte funktionieren das ist ganz schön dunkel hier ich weiß nicht ob du gerade was gesagt hast du warst sehr abgeschnitten nein ich hab höchst das kann man nicht mit sprechend gleichsetzen ok ja gut wenn du meinst oh kitty bist du umgezogen ach und das denn naja auf die tür ja auf die tür hä wohnt die jetzt eigentlich alleine da drin what aber die katze verdient doch kein ganzes haus oder ne die sollte zusätzlich sein nein die war alleine gerade im borealhaus ich habe hier gerade 15 rubine gefunden wieso ist sie da alleine wer wohnt da jetzt die partygirl hab ich da hingeht so weil das haus wo es die partygirl ist will ich gleich schwer wann anders benutzen ok rambushaus ok eigentlich kann ich den auch das dschungelhaus rambushaus ok also das ja das eine ist aus holz und das andere ist das dschungelhaus irgendwie müssen wir die unterscheiden das ist das haus im dschungel endlich dafür sorgen dass ich einen pylon kriege und ich glaube ich habe den heiligen graal bekommen dafür ist ja gut der painter will mir helfen und die droale die beiden zusammen ist das eine lange schiene langsam echt unbequem da war zu viel laber ok hier wurde aktuell gar keiner triade geht da rein da muss ich warten bis sie spawnt da ist sie ok painter immer noch nicht was mache ich ihn falsch wer wohnt denn hier noch der die trader ist das irgendwie ein der painter nicht mag das konnte ich dir gleich sagen der painter mag den dschungel und der painter liebt die triade das muss doch happy genug sein ja eigentlich schon darum dschungel und da ist die triade was sagt mir happiness status ja lief mir mal vor was er sagt naja man redet halt dass es ihm im jungle fällt aber das anscheinend alles was er sagt warum sagst du denn gar nicht zu triade steht ist doch neben dir oder ist sie zu weit weg er hat einen eigenen text also sollte er eigentlich das ist dann mehr als 25 blöcke ok warte ich hole das maßband raus ich meine die bewegen sich doch also finde ich das irgendwie und ja es wären mehr als 25 die bewegen sich gerade nicht weil die beide sitzen weil es nacht ist weißt du ja keine ahnung vielleicht lässt du sie einfach mal einen tag dort und schaust morgen oh ich habe einen tiefenmeter gefunden ich weiß nicht ob du eins hast und kriegt das hin wenn ich ein magier bin wo zur hölle ahja man kann den wuder jetzt übrigens anscheinend immer und überall an oder ausschalten ok du mrs truade kann ich dich irgendwie dazu bringen weiter zu gehen nein die bleibt auf dem scheißstuhl ja witz ist kann man nicht schubsen oder du brauchst brauchst du nacht ich brauch gar nichts gerade wo war denn das da so kommt geht raus bewegt euch bewegt euch kompater folge mir das schnee andere richtung und setzt sich wieder auf den stuhl jetzt in mein quad es geht nicht mein kraft ach so da geht das kass ja ich finde den jetzt doch nicht so schnell das ist unser status vier prozent verdorpt und zwei prozent gequenzen ja das wirkt du wieso das schaut doch ganz okay aus die ist halt sehr ehrgeizig muss ausradiert werden alles andere ist inakzeptabel ach ja aber das halo stört sie nicht okay ja ja okay bist du nah genug dran nein anscheinend immer noch nicht wie bringe ich den jetzt dazu weiter zu laufen lauf weiter hier ich mach dir die tür auf ja gut lauf weiter 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 geh zur triade reicht das jetzt das war wohl verarschen das sind jetzt 20 blöcke ich habe eine himmelsinsel gefunden so schnell kann es gehen und zwar ein see er redet aber auch nur über den jungle warum sagt er ja nichts über die triade er steckt doch dass die neben ihm wohnt zu glück kann er doch jetzt auch wieder nicht sein gib mir was ab mal mit dem pylon was mach ich denn falsch saunisch das sollte doch reichen einmal like und einmal lieb das sollte doch eigentlich ausreichen das ist die ganze pylon mechanik nicht verstanden oder was kann der tüme denn nicht verkaufen pylons pylons can be stehen von obtained be used be used only ok ok 10 coins kosten ja ok types purchasable pylons peter ist auch dabei ok das heißt also der muss eigentlich grundsätzlich so funktionieren ah da schießt er mit seiner paint gun must be happy ok ob er da mit dem save modifier von dem und dem woher soll ich denn sein save modifier sehen woher soll ich denn sein save modifier sehen mit psi noch nicht da noch k k k k k Ich versteh's nicht. Mann, Alter. Oh, hier steht gar nicht, wie viele MPCs too many sind, komischerweise. Ich dachte, irgendwo stand zwei bis drei Nachbarn. Mit 3, more than 120 times, okay. Och, keine Ahnung. Also, was ich weiß, ist, dass der Painter... Wo war denn jetzt nochmal meine Liste? Wie viel blöd. Der Painter mag auch das Partygirl, also zieht das Partygirl jetzt einfach da unten ein. Vielleicht ist er trotzdem nah genug dran dafür, dass das so akzeptiert wird und er das irgendwie als Happiness-Status nehmen kann. Wird er dann nochmal happier. Hier. Wir sind das Haus ja schon noch ginder. Du bist da die Trader, verpiss dich. Partygirl wohnt jetzt hier. Hier. No, Mary. Na dein Heller wirst ich nicht verpissen. Okay, jetzt ist er fängt er literally neben, der Frau. Geh mir mal einen scheiß Pylon. Was ist dein Problem? Warum bist du nicht happy? Das ist die Triade? Und du hast das Biom. Das muss doch genug sein. Was willst du denn sonst noch? Das ist doch auch der Dschungel. Der Hintergrund schaut doch nach Dschungel aus. NPC Combination Exemplos. Ja, ich stehe sogar. Triade und Painter. Warum gibt er mir da den scheiß Teil nicht? Verzweifeln, scheiß Painter. Der steht jetzt literally neben mir, also wenn das nicht nah genug ist, dann weiß ich auch nicht. Warum ist der Dightrader noch nicht umgezogen? Ist doch Nacht, oder nicht? Ich meine, schaut's Nacht aus. Ja, ist dunkel draus. Das Partygo ist jetzt aufgezogen. Ich bin so verwirrt, Alter. Ich verstehe das nicht. Warum verkauft er mir nicht ein Pylon? Hier oben ist kein Dschungel mehr. Aber hier müsste ja noch Dschungel sein. Ist doch derselbe Untergrund wie hier unten. Ich meine, guter redet er auch nicht schon mal, also ist er recht, das. Gibt's noch irgendeine andere Bedingung oder so? Ich verstehe das nicht. Must be happy. Gah, gah, happy. Lauf wieder zu mir, natürlich. GMart. Glocken ja du machst mich fertig ja keine ahnung was soll ich in google sicher gibt es andere mit dem problem die es auch nicht rausfinden können anhand von dem was im wiki steht und haben irgendwo gefragt und irgendjemand hatte dann weiß was die leute generell vergessen und das wäre dann vielleicht das was er auch ja was soll ich ihn sonst suchen allgemein pylon net selling was generell ist ja und kommt was also ich warte mal ist das wie alt ist denn das 21 oktober also es steht wohl hier das ist ein fehler gibt das so gerundet wird dass sie nicht happy genug sind dass sie ein paar mal verkaufen und was macht man tatsächlich hier steht zusammen mpcs ich meine du hast nicht die frauen statue gefunden oder oder die menschen ich meine der typ magia 2 also der der mag ja die andere frau auch wenn ich die auch zu ihm hin reportiere dann muss er eigentlich happy genug sein oder wenn ich sie anders hier herkriege habe ich hab Bock jetzt hier drittes haus jetzt hier zu bauen ein haus zu bauen könntest du aufhören die sachen immer nur so halb gar zu machen was denn was wie ich habe einen genauen richtigen satz gesagt und du sagst das dann nur so halb was ist denn dein problem ja aber ich kann gar nicht zuhören ich habe eine nebenbeschäftigung muss das erledigen bis heute abend ja der pirat da kommt jetzt im hartmode oder wenn du in der himmelsinsel willst dann du siehst ja wo ich bin da geht's hoch wieso eine himmelsinsel ist denn so was von scheiß egal ich guck mal nicht gerade auf was anderes ja du brauchst grad keine das sehe ich ein schreckt das so auf kann ich hier eine quick and dirty solution machen vielleicht warte mal hä ich habe jetzt aber was gekauft ohne es zu sehen ok mal gucken ob das funktioniert der typ meinte ja dass das partygirl auch mag partygirl jetzt muss ich mal kurz weg gehen dass sie da rein spawnt da ist sie willst du mir jetzt ein pylon andrehen endlich oh ok also war es die entfernung haben sie sich einfach nicht getroffen hat noch gar nicht richtig nein ok dann weiß ich nicht was du gemacht hast du normalerweise reicht biome liked und npc druane larves reicht normalerweise aus aber ich habe dir ja gesagt das ist ein rounding issue bedeutet also ich brauche noch ein npc den er mag ok damit damit der dann hoch genug gepusht wird du hast zwei gefunden ja ich habe das partygirl jetzt hierher gebracht weil das partygirl war zu weit weg ah war ja in dem anderen gebäude da unten du kannst ja mal gucken wie ich sie hergebracht habe ja mache ich hier wenn es dir das auf ich dachte einfach auf der map okay achso ja mit mine cards wohl nicht pylon das ist jetzt der jungle pylon genau soll ich dann vielleicht noch ein haus bauen hier oder ich weiß nicht willst du noch ein haus bauen bei diesen denken es da was euch das verlassen ich das gerade gemacht habe okay warte ich schau schnell auf die map wo bist du denn im dschungel du hast einfach eine wand reingezogen es sind plattform ja gut mir wurscht kannst du ruhig zu lassen oder siehst du sie jetzt eh wieder raus weil es doch eigentlich unnötig dann hallo was überlegt gerade ja ne haut nicht hin wenn ich der npc aus dem bium ziehe würde wahrscheinlich instant den happiness value verlieren also kann ich das nicht irgendwie nutzen um den irgendwo anders happy genug zu kriegen naja ich habe jetzt den dschungel pylon halt ist halt nur einer ja also wie genau funktionieren die jetzt stellst du den dahin irgendwo im dschungel ja den stelle ich dann dahin kannst du einen am anfang vom dschungel und einen vom ende vom dschungel hinstellen wieso denn das so groß ist der dschungel jetzt auch wieder nicht aber wer ist denn möglich mehr als einen zu bekommen jedes biom hat seinen eigenen pylon pilot ja einen ich kann gerne mal zwei pylons hinterstellen aber ich glaube nicht dass das funktioniert pylon ach so der habe ich noch nicht geresearcht halo cover wo ist denn jungle oder habe ich den gerade schon entfernt aus der liste anscheinend habe ich den schon entfernt klappt ok ah hier pylon keine ahnung stelle ich einen dorthin und dann stelle ich einen dorthin oh ne 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 ich kann den zweiten gar nicht platzieren der lässt sich gar nicht placen ja gibt also nur einen pylon pro biom müssen wir zwei jungle hätten erstens hat man das nicht und zweitens ja du das ist nicht das ist dafür da dass du halt bisschen besser so dass du das für jeden disbyom einen teleportpunkt plus einen universellen der geht überall und dann musst du selber halt gucken wie du das am besten platzierst dass es am meisten sinn in deiner welt macht von den entfernungen und so na gut naja aber nicht schlecht nice safe machst du jetzt essenspause ja ich hab essen bekommen halt wie lange ist in der party 25 25 ähm ich bin nicht nah genug an einem anderen pylon um mit dem pylon netzwerk zu teleportieren ja das stimmt ok rage quit wieso verlässt du denn jetzt einfach ja weil ich jetzt eh mit etwas anderem beschäftigt bin ich brauche nicht spielzeit fahren wie hä was machst du denn ja brauchst du nicht wissen du musst aber vom abendessen fertig sein also mach ich's gleich der guide kann mir egal sein der merchant ist ein vorwärts dem marker wend mal jetzt ist echt die frage also wenn ich jetzt für den äh painter ein ich brauche dafür den painter liked liked und loved das kann ich bei Merchant gar nicht hinbekommen da kann ich dreimal liked hinkriegen wird das reichen wir haben ja aktuell die nurse oder wo ist mein teleport item da oh die wohnen sogar hier ok da gucken wir mal ob es mir verkaufen will nein will er nicht der merchant ist nur mit der nurse und dem forest nicht happy genug wir haben sie sind in denen die 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 der max dessen das zusammensteckt ich bezweifle dass das reichen wird das macht dort auch keinen sinn wo haben wir denn überall desert das ist der ozean der kautet nicht als desert da wir ein der söde da haben wir eins haben wir auch ein bisschen weiter weg ist ich will kein der satp eiler in den desert stellen der gefühlt vor der haustür ist aber all beide dessen vor der haustür kannst du aber eine künstliche wüste einfach irgendwo hinklatschen oder nicht anscheinend oder ich habe ganz rechts nicht erkundet kommt da noch eine wüste oder kommt er doch der ozean kann ich das nicht besser weiß es vielleicht noch nicht ein dass da was anderes war außer bäume habe ich da wird schon mal die zeug her Ah, gut. Also wenn ich es richtig verstehe, muss man jetzt mehr Arbeit leisten, als man normalerweise leisten muss. Als nächstes hätte ich eigentlich schon keine Vorwurfspreise, aber wir würden von unserem Spawnpunkt auszubereicht zum Jogel dann teleportieren können. Aber leider habe ich die nicht. Ah, okay. Was mache ich denn jetzt noch? Was machst denn du? Ja, ich kümmere mich um die Fotos, die ich kopieren muss. Ich muss Fotos kopieren. Okay. Warum ist da ein Silt auf dem Boden? Weiß ich nicht. Ich habe es da nicht platziert, das kann ich dir sagen. Ja, ich kann mich nicht erinnern, eins platziert zu haben. So und wie kann ich dir sagen? Und die Katze wieder alleine. Ich verstehe nicht warum die Katze alleine wohnt. Komm doch zu mir. Was ich mich gerade frage. Wo hast du das Haus, die Dinge überhaupt her? Ah. I see. Hast du es verstanden? Das verkauft es aber anscheinend nur manchmal. Ich habe jetzt einen Dog. Oh, wo lässt du den einziehen? Na, das werde ich dann sehen. Ich habe es noch nicht benutzt, was wir sagen, nur gekauft. Ich wäre jetzt so witzig, wenn das Happiness erhöhen würde. Noch zusätzlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das einen Effekt darauf passt. Mollusk ist, äh. Ja, Haustiere wurden irgendwo erwähnt. Und dann Dog License. Dog License. Den nehmen wir auch hier weg. So. Oh, okay. Es gibt Edelstein. Kirchen. Sehr interessant. So. Da muss ich mir das nochmal hier rausholen, damit ich es einsetzen kann. Dog. So. Eingesetzt. Nice and teleports away. Dog delivery service. Ja, so schaut's aus. So funktioniert hat er auch bei mir. Immer doch. Fährst du schon da oder kommt ihr noch nicht, weil es noch nicht Nacht ist? Das war ein bisschen dumm von mir. Was ist das? Ich hab den Teller ein bisschen zu weit geschoben. Ja. Ich hab den Teller ein bisschen zu weit geschoben. Ja. 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 Ich hab den noch nicht einmal besessen. Ist der aus dem Baum gefallen? Ich bestehe nicht. Eigentlich dachte ich, dass man nur Wundergut-Jungel findet. So. Weißt du was? Äh. Ne. Wie schreibt man das? Slime? Crown? Ja. Wo schreibt man das? Wo schreibt man das? Nein. Das ist schon mal vor. Ich sag dir, ich brauche noch wahrscheinlich locker eine halbe Stunde, bis ich durch bin. Gel und Kronen. Keine Ahnung. Wann hast du 50.000 Bilder geschossen? Ja. Alle. Ich bin jetzt erst bei 2012. Also. Wow. Gib mir Zeit. Äh. Gold- und Platin-Bahn muss ich noch. Äh. Zusammen mit Rubinen. Damit ich... Ich hab schon eine Handvoll, die in Ordnung sind, aber... Rubin. Aber mehr würden ja noch nicht durchstehen. Ah ja. Ich brauche einmal... eine Gold-Krone. Und... eine... Platin-Krone. Kann man die staggen? Nein, kann man nicht. Okay. Gold. Platin. Jetzt gehen wir hier einfach, äh... Crown ein. Dann gucken wir... Platin-Crown. Okay, gut. Das ist erstaunlich, aber so viele Naturfotos habe ich tatsächlich nie geschossen. oh. Tja. Frozen, Dark-Gold-Krone. 264. So. So... So. dann brauche ich habe ich das weggetan dann brauche ich gehe und paar kronen so keine ahnung hast du eine ahnung wo ein leicht erreichbarer dämonen als hätte da eine 1 g zur corruption rechts weil vor der corruption in der höhle sind schon welche aber ich kann es dir jetzt nicht genau sagen wollte ich die map nicht da was hallo ist da weiter habe ich den blauen vogel schon ich glaube nicht ich glaube ich habe den roten vogel oder ok es meister habe ich jetzt schätze mal smartphone fotos brauche ich nicht so unbedingt so genau ich meine wie oft fotografiere ich dann nicht so und ich sagen du nimmst gerade nicht auf oder das ist noch in der aufnahme während du ist und ich gar nicht da wenn du auch nichts machst ja ich mache doch was bewegt mich doch heute nicht nur wieder schluck nehmen ist es super ich finde es ja ein bisschen schade ist die corruption die kürze keine pläne hat haben sie nicht wie gemein er da kann keiner wohnen und sie haben anscheinend auch keine andere methode gemacht um irgendwie dann verloren zu kriegen also es anscheinend nicht wollen oder so aber hauptsache das halo kriegt ein das ist doch genau dieselbe pest der würde die triade widersprechen verbreitet sich genauso wie die seuche den ganzen einhörner und pixies wollen mich umbringen also ich weiß nicht inwieweit das besser sein soll vor allem die viecher der nachts bauen diese gastroports aber ekelhaft ok er ist aber anscheinend nix ach so und du hast dann aufgehört weiter zu gehen ja genau vor einer kiste hast du aufgehört auch gut wenn der cloud in der bottle drin gewesen das ist literally das ende der höhle also bis auf wenn man das gebäude durchgräbt dann könnte man weitergehen so weit wolltest du nicht mehr gehen ich mag meinen diamanten okay du bist nicht überrascht oder so ja der ist halt eigentlich ganz cool weiss auch nicht ob ich dir noch irgendwelche sachen geben soll muss weiß ich auch nicht ich frag dann ok dann frag oh da fliegt wieder ein auge rum ich hör wieder ein zombie rum hier immer machen wie weit wusste ich ihn noch bis zur corruption ich dachte die waren nicht so weit weg die dah das war der falsche thorn da wo war der Teepark ist das korrupt oder ist das eine wüste aber ich glaube das ist zur hälfte korrupt wüste oder nicht geht er doch so ein bisschen mit rein ja aber weißt du was wenn ich schon hier bin ich mir mein stack absend mit so 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 ja da hast du nichts zu sagen ich habe mich gerade was eingefallen gottes zu viele tage so 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 ist halt auch so. Gut. Okay, du hast ein paar Sachen durchgestrichen. Ich würde sagen, wir werden hier nicht vergessen. Weiter geht's im nächsten Part. Ciao. Tschüss.